Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge RimWorld und ich arbeite dran hier gerade die Component Assembly Bench zu bekommen und da fehlen mir einfach noch Components für. Das finde ich sowas finde ich ein bisschen ärgerlich. Warum tragt ihr denn die Turrets nicht zurück? Wenn mir irgendwie keinen da irgendwie mal auf die Idee kommt zu haulen, das soll der Roman doch eigentlich irgendwann mal machen. Nämlich ist der Weg zu den Gefangenen vom Essen zu lang. Und warum kriegen die Feinmeals, werden wir nur Simple Meals essen. Das darf so eigentlich auch nicht sein. Yay, wir haben genug Components. Rita fängt an. Sehr gut. Und jetzt kann ich hier, add Bill, make Components till you have. Und dann mache ich jetzt mal, Wie viele Components wären denn sinnvoll? Wenn man so 30 hat, dann ist halt alles mal ganz safe. Ich habe hier eh genug Stil. 1100, ja. Dann kommt hier noch Furniture. Da können wir hier noch einen schönen Stuhl hinmachen. Als wären die hier unten zwar noch abgebaut, aber ist das überhaupt noch so notwendig, wenn ich es da oben einfach herstellen kann. Das ist mir eigentlich fast zu gefährlich. Ah, egal. Ne, nicht egal. Das muss nicht sein. Wir können selbst als Components herstellen, dann sorge ich lieber dafür, dass ich hier noch... Genau, was ist denn hier? Wir können auch immer noch hier das hier graben, oder? Und bei Rita können wir doch jetzt mal... Left Foot. Left Leg. Left Foot. Meinen Sie läufst hier rum, weiß ich es ja wohl. Absoluter Scherz. Und Denise, nein, lass sie nicht schlafen gehen. Du musst sie operieren. Oh, ich kann ja außerdem diese Vital Monitors bauen, oder? Ja. Ach, eigentlich kannst du... Was machst du jetzt? Ah, du holst es in Bionic Leg. Uiuiui. Na ja, gut, Sandstone Blocks. Nix weltbewegendes. So, du baust der Ritter jetzt ein Bein ein. Zack. Und das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Moving Enhanced. 110%. Nochmal Karpentürf, danke. Schmeißt ihn mir halt direkt vor die Tür. Uiuiui, 225 Gold habe ich schon. Uiuiui, da könnte ich aber echt super Betten bauen. Und hier gibt es nur Woodenbets. Und hier gibt es nur Woodenbets. Vielleicht baue ich dafür eh mal was Neues. Und die ganzen Fässer hier unten sind auch ziemlich übertrieben. Ich glaube, das mache ich hier mal anders. Ich glaube, das mache ich hier mal anders. Das bauen wir mal neu. Kostet schon ordentlich Arbeit. Aber dein Crafting geht dann halt einfach noch weiter hoch. Von daher akzeptiere ich so. Wir sind nicht bald bei Construction, äh bei Crafting 20. So, der kann jetzt wieder laufen. Die ist schon weg. Die rastet jetzt richtig aus. Und so muss das sein. Und die hat Construction als Hauptaufgabe und danach Growing. Das heißt, sobald ich nicht sage, dass was gebaut werden muss, kümmert sich nicht darum. Sie kümmert sich auch um die Tiere. Und genauso wie der Max. Christine könnte das machen, aber die hat mir im Craften einfach absolut genug zu tun. Deswegen würde ich hier das Hunten eigentlich auch wegnehmen. Die Scrolling brauchst du auf jeden Fall nicht. So. Das sieht gut aus mit dem Essen. Hier habt ihr alle weggemacht. Oh, was sind wir denn hier schlafend? Ihr wollt doch sicherlich nicht mehr leben. Und jetzt kann ich das schon mal beauftragen, dass ich hier die Hydroponics gerne hätte. Uiuiui, im Psychic Ship. Direkt vor der Basis. Mit genug Deckung außenrum. Ah, das sollte ich schaffen. Wenn ich die hier so hinsetze. Hier einmal so quer rüber. Das macht glaube ich am meisten Sinn. Ja. Okay, Below ist Nothing. Da kann ich jetzt hier Deconstruct machen. Und kann hier einen neuen hinbauen. Korrekt. Weil ich hier nicht bauen darf, also muss ich ihn da hinbauen. Ich denke jetzt geht es nicht gut. Was ist da los? Ei, ei, ei. Wie lange ist denn Sormons Organs harvestet? Mein Gott, das war doch nur so eine Niere oder sowas. Oh, hier kommt jetzt noch ein Woodfloor hin. Die Wand erneuern wir auch mal hier. Wie war diese Holzwände? Das war immer am meisten. Egal, die Granit haben ja schon angefangen. Kommt jetzt hier auch keiner wieder hin. Okay. Was pflanze ich denn hier drin an? Irgendwas, was auf jeden Fall sau wichtig ist. Na ja, komm, haben wir mal Kartoffeln. Wie läuft's bei dir, das Constructing? Crafting, sorry. Das rastet halt komplett aus. So, jetzt brauchen wir hier noch. Zone, Stockpile Zone, eine einfache und hier wird gespeichert oder gelagert. Clear All, Manufactured Medicine, Herbal Medicine. Gucken wir mal. Ja, das wird jetzt bald wieder ein bisschen mehr. Machen wir mal hier, nimm's mal Herbal Medicine. So. Und jetzt machen wir noch ein Ding hier hin. Andes muss ich natürlich noch auf. Important, nee, machen wir Critical, weil wir wollen hier auf jeden Fall was haben. Zone Area, Stockpile Zone hier und da kommt hin. Nehmen wir schon mal um. Cloth. Unclear All. All Resources. Ist bei Plantmatter drin? Nee. Barsel Apparel. Nein. Was ist denn das drin? Hm. Der Text heißt hier. Cloth. Critical. Und noch eine Area. Da kommt rein. Neutro Amine. Neutro Amine. Neutro Amine. So. Und das ist auch Critical. So, das heißt, wenn wir jetzt hier nämlich dann noch eine Area nehmen, dann noch eine was herstellen wollen, ist alles da, weil für Medicine braucht man Cloth Neutro Amine und Herbal Medicine. Und die drei Sachen werden jetzt hier hingebracht. Das heißt, wenn Denise irgendwann mal wieder Bock hat, was herzustellen, dann kann sie das auch machen. Oder was braucht man alles dafür? Braucht man Medicine 6, Crafting 3. Jo, Kartoffeln. Verbiete ich euch nicht, wenn ihr die holen wollt, macht's. Und das muss ich mich jetzt auch mal gleich kümmern. Aber ich hab definitiv irgendwie eine fehlende Person, wenn's ums Craften geht. Hier stirbt schon wieder alles, oder was? So. Hier wird was hier gemacht werden. Denise. Ja, räumen wir ein bisschen auf. Wir haben das alles schon geerntet, das kann natürlich auch sein. Ich glaub, hier fehlt ein Stück Boden. Das geht so nicht. Und hier kümmert sich noch keiner drum, das darf eigentlich auch nicht sein. Mir fehlen halt einfach Components, deswegen... Sollte Christine auch nichts anders machen als Smith, Taylor und Craft. Die Dude. Okay, der hat nur Berries gegessen, die er nicht essen soll, ist aber schuld. Ist das hier auch Critical? Ne, ist nur Preferred. Deswegen sollte das ja eigentlich funktionieren. Wie sieht's mit Hauling aus? Haul, haul, haul. Das macht der Roman, wenn er nicht gerade Pflanzen schneidet. Also sollte der das ja eigentlich die ganze Zeit tun. Tun. Hm. Macht er auch. Ja, da ist genug zum Haulen. Und schön, hier der Reiß. Ship Reactor. Komm, mach mal Powered Armor. Vielleicht können wir sowas auch mal herstellen. Christine baut weiter an den Dingern. Wie schnell bist du denn eigentlich im... Steht das hier irgendwie? I'll also see. Construction Speed. Ne? Global Work Speed. Hmm. Wo steht, wie schnell sie was baut? Geht es einfach über die ganz normale Global Work Speed, oder? Making Components. Hm, das wüsste ich ja jetzt gern, wo das rein zählt. Okay, hier unten sind jetzt ein paar Sachen. Das heißt, wenn Denise wach wäre... Medicine und Cooking ist hier halt abartig gut. Und Crafting halt nur vier, aber... Das wird dann schon. Crafting hat sie halt auch vier, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich sie wirklich als clean haben möchte. Dafür ist sie fast wichtig. Genau, hier wird wieder ein bisschen water gestellt. Das heißt, hier wird jetzt bald wieder Bier gebraut. Oh. So, da legen wir es jetzt mal mit an. Das vergesse ich die ganze Zeit. So, wir brauchen jemand, der Granaten wirft. Wer kann denn wirklich echt überhaupt nicht schießen? Max. Und Julia. Josch kann schießen und schießt auch gerne. Und Antonia kann es auch. Feuer, Jungs! Feuerer! Super. So, dann gehen wir jetzt in den Krieg. Tobi. Rita. Roman. Christina. Dizzy. Max. Marcel. Julia. Josch. Antonia. Kommt mal alle her. Kommt mal alle her. Ich muss euch ja auch nicht immer so nah nebeneinander stellen. Ich muss euch ja auch nicht immer so nah nebeneinander stellen. So, du wirst ne Granate hier hin. Und du musst nochmal woanders hingehen, damit du deine Granate überhaupt werfen kannst. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich habe den Weg. Du wirst wirst. Tobi, Holzmößen, Stil, so, die Viecher werden geshuttaunt und ihr könnt alle wieder eurer Arbeit nachgehen. So einfach geht das. Wo kümmelt sich denn keiner um das Pflanzen bei den Dingern? Kommen die mit dem Growing nicht daher? So, Denise kocht, aber Denise... Was ich mal von dir will, ist, dass du mal hier arbeitest. Warum? Warum geht's dir nicht gut? Hast du einen Tisch gegessen? Denn, ja, deine Schwester ist gestorben. Jetzt musst du doch jetzt mal langsam drüber wegkommen. Was? Wie flackert das denn hier so? Kein Strom. Hello, nothing. Brauch halt mal Medizin hier. Was steigt denn da bei dir? Steigt der Medicine? Ja, Medicine steigt. Und Crafting? Nicht scheinbar. Habe ich denn jetzt so? Energiemangel? Okay, weil die Dinger da drüber wahrscheinlich fressen wie Sau. Final Straw Wars Feeling Terrible, mhm. Okay. Dann brauchen wir jetzt noch ein Gebäude. Ich baue das hier mal weg. Jemand. Wir bauen da drüben jetzt noch ein paar Kraft, Kraft, äh, so, Energiedinger hin, so. Ähm, wie heißt das? Motoren oder sowas. Die mit Holz betrieben werden, dann passt das da hinten genau zum Holz. Mannhunterpack, ja, da habe ich jetzt überhaupt nicht so Lust drauf. Oh no. Und auch noch so nah. Alle Mann zu den Waffen, sage ich mal. Oh, ich habe immer noch ein paar, die noch keine richtigen Waffen haben. Aber okay. Die haben immer noch die, ähm, wie heißt es? EMP-Granaten. Okay. Das war gut, dass Max da unten war, oder Max? Denn da gibt Justine hin. Guter Treffer. Wann los? Hier ist die, hier ist die Riesenrunde. Wenn wir ihn explodieren, dann nehmen sie sich alle mit, das ist ganz gut. Super. Was machst du mir jetzt hier? Expand Home Area. Dann löschen die das nämlich. Oh. Aieieiei. Tobi, nein! Jetzt brennen sie alle Ich will doch nur, dass ihr das Feuer löscht Löscht alles Ihr seid doch genug, Leute Sehr gut Wem geht's jetzt doof? Den ist schon wieder My sister died Also das Feuer ist wahrscheinlich gerade aus der Home Area herausgebrannt Okay Und dann haben wir noch einen Flashstorm Yay, ist er aufgehört zu brennen Es brennt gleich wieder irgendwo Jetzt kommt die nächste Hier muss es jetzt überhaupt mal besser gehen gleich Eigentlich hast du nichts Eigentlich geht's dir gut genug Eigentlich Jetzt mit der Components Produktion Ja, läuft Die macht bald richtig Vollgas So Oh, das kommt hier weg Power Da fehlt mir halt auch die Components für Egal Egal Das ist so schlecht Okay, der Wind steht Das ist keine Sonne Und hier drüben Ja, okay Die fangen jetzt hier an Den Kram zu pflanzen Langsam mal Ja, das stirbt jetzt halt auch direkt Wenn ich keinen Strom bekomme Dann verrecken sie Jetzt kriege ich wieder Energie ein bisschen Ja, jetzt laden sie die Batterien wieder auf Ja, was soll ich denn sagen Du hast Hunger Du musst Schlaf gehen Unkomfortabel Ja Solltest du vielleicht halt auch mal wieder zurückkommen Max, rennen Oder Attack Ich kann ihn holen Läuft das so schnell Der gegen Denise Nein Irgendjemand muss dich beschützen Dich brauchen wir noch, Denise Ja, wegen rennt sie weg Ich hab ihn hier Schleif ja ja dies wandert jetzt blöd rum diese verboten das müsst ihr nicht wie geht es jetzt max sie wird es überleben wie wir es erst mal die in den bett zu bringen ihr seid echt die mancher ganz schön komisch hier noch eine exzellent waffe hier 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 Oh, Denise kocht wieder. Yay! Und hier haben wir noch genug zu essen, also Fleisch, was man verkochen könnte. Okay, dann mach ich noch mal ne kurze Pause und wie es hier weiter geht dann in der nächsten Folge. Bis dann! Tschüss!